Vor zwei Wochen freitags abends kam ich bei den Bienen an und habe festgestellt, dass diese Drahtbügel alle anders drauf waren, wie ich die sonst drauf machte und konnte damit feststellen, dass jemand in den Bienenkisten reingeguckt hat, wie die Völker waren und somit hat man vier gute Völker ausgesucht, wo genügend Bienen drin waren und die Woche später waren die vier Kästen weg. Imker Kreilkamp ist nicht der einzige, den man Bienenvölker gestohlen hat. 30 Prozent aller Völker sind laut Imkerbund in diesem Winter eingegangen. Den Grund hierfür die Farroamilbe. Grund ist dafür, dass in diesem Winter etwa 30 bis 50 Prozent der Bienenvölker eingegangen sind. Es sind genügend Imker, die durch diese Läuse keine Bienen mehr haben.